Hallo und herzlich Willkommen zurück bei Amnesia The Dark Descent. Wie man gesagt, beim nächsten Part machen wir das Gästezimmer. Wochmittel. Mal gucken, was uns erwartet. Das ist ja ein Traum. Hier. Blendet. Das blendet immer gleich. Das war immer auch immer gleich. Ui, ich muss auch mal. Oh, nichts drin wahrscheinlich. Nein. Feuer an, Feuer an. Ui, Lampenöl. Haben wir noch nur. Jawoll. Könnt ihr es selber leasen? 2nd Juli, 1839. Ich habe heute eine Anruhe von der Algerischen Offizie, disclosing die Fähigkeit von Herbert's Expedition. Über eine Woche nach meiner Entfernung, Abdullah, einer der mit uns mit uns zurückgekehrt, hat er aus dem Desert. Er war schrecklich verletzt, als ob aus einem Leer. Der Mann rammelt deliriously über die Expedition zu werden, von etwas horribles. Der Mann rammelt den Wie ist das so ein Ding? Oder. Ja, da ist Bühne. Ach so, ne. He. Was wir so einzelne Seiten machen. So. 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 Und so viel. Jawoll. Dies war. Lautanum. Frau und so gut. Das braucht man nämlich noch. So, wo ist drin? Wo rauf? Ja, kommt schon nicht hin. Okay, sind wir so alle hier? Ich glaube, hier ist doch eine. Warme Plan. Zünderbüchse. Das ist toll. Bye-bye. Ja. So. Also, das Wein kommen wir mal wegmischen. So, eine Leiche drunter. Wir setzen sie an. Sie werden sehen. Okay. Ja, ja. Das wird endlich bereit. Was weiß ich, ist tot. Wie noch ein Zettel? Ja. 3. Juli 1839. Eine Brechstange kann ich alles mitnehmen Cool Zettobüchse Braucht man Also Das ist nix außer Brennholz Ich muss es überbringen Nein natürlich nicht Ne Ach ja Ich muss nicht vergessen auf die Uhr zu schauen So Dann gehen wir Dafür haben wir die Nadel Ne 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 Bitte, lass es hier sein. Doppelzettel. Doppelzettel. Innauto isse. Gute Kollegen. Bist du noch da? Machen wir mal zu, ne? Puh. Puh. Nächste. Kollege, bist du da? Aber wir zu hinterhalten. Puh. 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 Ich bin auch hier drin Ich zieh mit meinem Zustand aus Alles gut, gleich die Kopfschmerzen Ja Ist klar Ich habe den Keller Wie ihr wisst, liebe Keller Nicht wirklich Ich glaube aber Eine Hand Eine Hand Oha Ist mein Kollege hier unten Kollege, du da Wie Warte auf, bis ab Hä Kollege Verrisste dich Nicht Ach du scheiße, da bist du Hm? Wo ich glaube Wo ich glaube Wo ich glaube Hier rein Wo ich so Jetzt ist er da gesetzt Achso Wo sie auch sind Ja Da ist Alex Ich glaube Da ist mein Kollege hier unten Ah Was ist das? Kollege Okay Okay Das ist schon da aus Wo ich so Nicht gleich rumschreien Bitte seh mich nicht 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 Ich will nicht sagen Ich will nur sagen Ich will nur nach Hause Ich will nur nach Hause Nein! Geh weg von mir Leave me alone! Sooo Ja lecker Nur ein Zilderbüchse Den blauen ruf Zilderbüchse Maschinenteile Du bist Zilderbüchse Zilderbüchse Sie Zilderbüchse 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 so andere seite wie immer andere seite sich öffnen kollege hast du die türe offen gelassen türe zu jetzt zieht hier unten du bist bestimmt da drin wo hat da drin wo hat da drin der tauschlag kriegt aus Lampenöl das ist schlecht komm mal zu hier so gehts ja an ich kenne die Säble ich kenne die Säble ich kenne die Säble ich kenne die Säble wo ich schaue die Säule Oh, Kollege, hast du für mich die Türe aufgebaut? Vielen Dank für die Blumen. Ach komm, kein Zinnüppichsel. Die zwei. Oh, eine Truhe. Lampenöl. Zinnüppichsel. Ja, Daniel. Geht's wieder richtig? Gut, passt. Überhaupt Licht. So, Kollege. Wo sind wir denn? Wollen wir zu hier? Auf Borders? Ah, müssen wir lauter Borderteile finden. Wie's ausschaut. Ah, wahrscheinlich für den Aufzug. Können wir auch nicht ganz sicher. Und da ist nix, ne? Äh? Ach, Kollege. Wo bist du schon? Das hier? Das hier? Das hier? Ne. Wo kommt mein Licht an? Ach, das hier? Kollege? Ah, dieser Kollege? Ok, da gehen wir wieder. Guck, vor die Gänze halt. So, wo waren wir denn ich? Da waren wir, da waren wir auch. Da war es uns wieder. Und raus hier. Schwalte. Gänsehaut unendig. Draußen ist bei uns kein Sturm. Regen. Kein Sturm. Aber Regen. So, ich muss ihn raus machen. Das macht die Gänze halt bei mir da. Da sind wir hergekommen. Da geht. Oder was? Da. Ok. Und dann mal so. Gehen wir jetzt mal auf die Gänze. Da waren wir auch noch nicht. Stimmt. Maschinenraum. Ok. Such bloß Silberteil vergesst. Ach Leute. Das war mir so klar. Ach du Scheiße. Das heißt, wir packen da echt nicht durch. Wie? Ja, voll nichts. Jetzt geht es wirklich nicht so richtig. Du wirst schon was. Das war das Dach da runter. Das war das Dach da runter. Ach. Ja. Jetzt sind wir hergekommen. Ok. Nicht nur mehr weg. Wo ist das denn? Nur mehr Keller. Ich hasse Keller. Wo doch nicht. Wo ist das denn? Wo ist das denn? Wo ist das denn? Wo ist das denn? Was denn? Der Kille jetzt. Wurde. Ich glaube Lecker Es war mir sehr tief Wie gut für die Stücke Wie gut ist der Fakkelpille Wir haben ja irgendwo was vergessen Oh ne, mach nicht nur mit oben Aber da schon ist sie Was soll doch irgendwo raus? Ja, 20 Minuten sind eh klar Wir können unten reinnehmen Wie? Wo ist sie? Ich muss dahinter Alles gut Liebe Zuschauer, Freunde, Kollegen und so weiter Wenn euch dieser Part gefallen hat, lasst den Daumen da Und sonst den Abonnier nicht vergessen Dann sehen wir uns in der nächsten Part wieder Alles dann, bis dann und tschau